Musik So, jetzt gehen Sie mal schön auf den obligatorischen Strich. Ich hab kaum, ich sagte schon, wenn ich... Ja, ja. Sie, ich hab's ja noch einmal im Guten, wenn's jetzt nicht gehorchen ist, dass Widerstand gegen die Staatsgebäude äußern. Vor! Vor! Schnell umdrehen. Wieder zurück. Und wieder schnell umdrehen. Halt, 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 Schwester, es fällt Ihnen ein. Sehen Sie den nicht. Warum hat man den Herrn überhaupt hergebracht? Der Mann ist doch vollkommen nüchtern, absolut fahrtüchtig. Das ist doch Ihres Kind. Da höre ich selbstverständlich den guten Namen. Leider passiert einem so was nie im wirklichen Leben. Da hat sich das hier völlig anders gespielt. Ich erzähl mal lieber der Reihe nach, also. Waren Sie bei den vorangegangenen Folgen schon dabei? Wer nicht? Aha. Tja, das hört natürlich jetzt auf, nicht? Also, ich heiße Buschmann, Willi Buschmann, verheiratet, keine Kinder. Genauer gesagt, ich liebe, so meine Frau und ich, wir leben getrennt. Aber das gehört im Augenblick nicht hierher. Ich bin 40 Jahre alt. Gerade 41 geworden. Ich habe keine Probleme mit dem Alter. Im Gegenteil, ich glaube, ich werde immer besser. Vielleicht ein bisschen voller. Hier und hier und aber dafür. Also, ich meine, der Sinn des Alterns kann doch nur darin bestehen, dass man an Einsicht, an Genussfähigkeit, an Klarheit, an Intensität gewinnt. Oder? Sonst hätte das Ganze doch überhaupt keinen Sinn. Was? Entschuldigung, ich krieg grad ein Zeichen. Ich soll mich kurz fassen. Zur Not darf's beim Fernsehen ja langweilig sein, aber auf keinen Fall zu lang. Also, vom Beruf bin ich leitender Kraftfahrzeugshaftlich Schadensachbearbeiter bei der Orion-Versicherung. Und die Geschichte beginnt damit, dass ich das Wagnis unternommen habe, über mich und meine Erfahrungen und Erlebnisse zu schreiben. Und das kam so. Vor ein paar Wochen erschien bei der Orion eine Tante, eine, eine Dame vom Fernsehen. Wir drehen eine Serie von Autogeschichten. Halt mal bitte die Matze an. Matze doch bitte. Ich dachte mir, ein paar Fakten können nicht schaden. Deshalb suchte ich die Haftpflichtabteilung einer großen Versicherung auf. Man verwies mich an Willi Buschmann. Unser Versicherungsnehmer sagt, ihm trifft keine Schuld. Der andere sei mit 120 durch die Stadt gejagt. Ja, ja. Es heißt jetzt wieder, der arme Geschädigte kriegt kein Geld, weil die böse Versicherung nicht zahlt, ne? Ich hab was für Sie, Buschi. Aber was sollen wir denn machen? Wir müssen doch erst einmal unserem Kunden glauben, ne? Gut, gut. Reden Sie mit ihm, ja. Reicht das oder wollen Sie noch mehr mitnehmen? Oh, danke. Ich glaub, das reicht. Danke. Vielen Dank. Na Buschi? Was macht die holde Dichtkunst? Läuft's? Na ja. Ich hab was für Sie. Ich hab mir's aufgeschrieben. Ah ja. Zwei Betrunkene fahren Auto. Plötzlich sagte eine zum anderen, fahr vorsichtig. Darauf sagt der andere, wieso ich? Ich denke, du fährst. Sehr hübsch, ja, wirklich, wirklich sehr lustig. Also, wenn Sie's irgendwo einbauen können, ich schenk's Ihnen. Danke. Und ich nehme keine Tantien. Sehr großzügig. Willi? Ja? Kannst du mir ein Stück mitnehmen? Mein Auto streikt. Was denn, schon wieder? Was heißt denn schon wieder? Hallo. Hallo, hallo. Was ist mit heute Abend? Ich hab versucht, dich anzurufen. Ja, ich hatte den ganzen Tag. Ach, Gott, es gibt's mal wieder nichts. Aber im Kino läuft ein toller Film. Nein, ich würd's ja gern, aber ich treff mich heute. Heute Abend geht's nicht. Warum denn nicht? Die Fälle, die bei mir über den Schreibtisch laufen, sind meistens alles andere als lustig. Die Leute wollen aber lachen, Herr Wuschmann. Wie gefällt Ihnen denn, was ich... Bloß nicht zu viel Realität. Mit menschlichem Elend senken wir nur die Zuschauerbeteiligung. Ja, das ist, äh... Trauen Sie sich was Heiteres zu? Sie haben doch Schreibroutine, oder? Also, ich... Nein. Ich hab zwar mal versucht, einen Roman zu schreiben über... Wissen Sie, genauer gesagt, ich hab davon geredet, einen zu schreiben, aber... Talent ist eben auch ein bisschen Glückserhalten, nicht wahr? Ich misstraue den sogenannten Dichtern. In meinen Augen sind sie wie Kinder. Wenn sie am Schreibtisch sitzen, reichen ihre Füße nicht mal bis zum Boden. Ist Ihnen das eben eingefallen, oder haben Sie sowas parat? Sinssprüche für den werdenden Autor? Komplexe, weil ich eine Frau bin? Ja, außerdem stimmt's nicht. Das Tolle an Kindern ist doch, dass... Kinder suchen immer nach dem Geheimnis jenseits des Spiegels. Während wir Erwachsenen... Wie soll ich sagen? Wir haben uns mit unserer flachen Vordergründigkeit abgefunden. Boing! Der erste Preis im Tiefsinnigkeitswettbewerb geht an Sie. Hilfe, ich bin beeindruckt. Oh! Ja, Moment mal, das haben wir aber nicht bestellt. Der Herthaform gibt der Lokal rum die Ausweile gepürzt, Herr Gott. Ja, leider bin ich schon... Danke! Ich vertrag nicht, sondern nicht viel. Ich bin schon ziemlich angedudelt, Herr. Außerdem muss ich morgen früh sehr früh raus. Nein, 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 die Rechnung geht auf mich. Die Redaktion kommt für die Spesen auf. Ist gut. Prost! Hey, Kneifen ist feige. Menschenskind, Sie trinken wohl jeden Mann unter dem Tisch. Sie rauchen wie ein Schlot... Als Penisersatz habe ich meinen Beruf, wollen Sie sagen. Warum wollen Sie nicht... Warum sagen Sie mir nicht einfach, dass Ihnen das, was ich bisher geschrieben habe, nicht gefällt? Weil es nicht stimmt. Manches daran ist sehr hübsch und sehr interessant. Ehrlich? Ganz ehrlich. Sie sollten unbedingt weitermachen. Allerdings für meinen Geschmack. Versuchen Sie manchmal ein bisschen zu sehr, Ihre eigenen Wehwehchen darzustellen. Aber mein Abteilungsleiter ist echt angetan. Wirklich? Ja, er findet Ihren Entwurf gescheit und interessant. Hat er das wirklich gesagt? Hat er sonst noch was gesagt? Sie hätten eine Gabe, andere zum Lachen zu bringen. Die sollten Sie mehr nutzen. Aber was bringt denn die Leute zum Lachen? Schadenfreude. Wenn anderen etwas zustößt, von dem man froh ist, dass es einem selbst nicht passiert ist. Tja, mal gucken Sie sich den an. Wäre ein bisschen viel getankt, würde ich sagen. Vorsicht! So was... Der hat... Der hat doch überhaupt keinen Grund für einen Irrer auf die Bremse zu latschen. Ist ja nichts passiert. Ja, aber der hat Schuld. Aha, wir. Wieso wir? Weil man der, der auffährt, Schuld hat. Was will denn der? Ja. Wieso? So. So lange. So lange. So lange. Das gibt es doch nicht. So ein Katzer an der Schuhstange. So ein Arschkalt! Anzeigen müsste man den Kerl. So lange. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Guten Abend! Wo stehen Sie denn hier mitten auf der Straße rum und fahren nicht weiter? Ja, weil der Wagen vor mir plötzlich gebremst hat und... Was für ein Wagen? Ich sehe hier weit und brauche keinen Wagen. Du vielleicht. Ja, so ein Silber, ich weiß ja... Ihren Schülerschein bitte, Fahrzeugpapiere und dann öffnen Sie bitte schön den Kofferraum. Ja, gern, aber wieso? Ich... Ich möchte ein Warndreieck sehen. Mein Warndreieck. Ganz so gut. Ich will, dass er den Schlüssel ins Kofferraumschloss reinsteckt. Warum? Hat er dabei Schwierigkeiten, weiß ich mehr. Versteht? Alles klar. Haben Sie Alkohol getrunken? Wieso ich? Gut, erlauben Sie mal. Ja, zwei, drei Glas Wein. Das Röhrchen bitte. Also es ist ja wohl die Höhe. Muss das denn sein, Herr? Ja, das muss sein. Jetzt brauche ich es schön mal rein da. Ich begreife das nicht. Ausgerechnet ich, ich bin immer so vorsichtig. Ja, ja, man kann es halt schlecht abschätzen, wie viel das man getrunken hat. Also ich persönlich halte mich da in die Faustregel. Eine halbe Bier, 0,4 Promille. Grob geschätzt natürlich, nach Körpergewicht und so weiter. Das Maximum wären also zwei halbe Bier. Jetzt einmal eine Hand aufs Herz. Wie viel haben Sie denn wirklich getrunken? Zwei, drei Glas Wein. Auch wenn. Schon zu viel. Ihr trinkt doch auch mal was, oder? Da müsst ihr doch Verständnis haben. Ihr trinkt nix, aber doch Verständnis. Und wenn ihr was trinkt, dann fahr ich nicht. Mensch, sind Kinder. Vorige Woche ist nebenan bei mir eingeworben worden. Wo war da die Polizei? Aber die haben aufgefahren. Die würden ja so füllen. Ja. Und du schreibst das? Was ist das denn? Antrag auf Blut in Nacht. Schlichtlauch. Ich habe vielleicht zwei, drei Eßer. Wenn Sie gerade frisch getrunken haben, ist noch sehr viel Alkohol im Mund drauf. Also, gut spülen. Vielleicht wird das Ergebnis jetzt günstiger. Moment, komm gleich. Vielen Dank. Sie müssen versuchen, möglichst wenig Lungenluft da einzublasen. Was? Nicht durchatmen, nur... Das ist die einzige Chance, ist doch klar. Vielen Dank. Ja, das langt jetzt schon. So, und jetzt versuchen wir es noch einmal, gell? Ja, was ist denn, was ist denn? Sie sind doch kein Profibläser, oder? Wie bitte? Ja, nicht nur pusten. Schön die Luft tief aus der Lunge rausholen. Wissen Sie, wenn einer Profibläser ist, dann sage ich gleich, her mit dem Alkohol-Test, du hast zu viel. Tja. Ich begreif das nicht. Ich habe wirklich nicht viel getrunken. Was ist denn da los? Was passiert? So ist jetzt Landsberger Straßstadt einwärts gekommen. Bei dem wieder. Oh, mei, oh, mei, der Wastl. Hast du wieder mal einen Grauch mit deiner Orden gehabt? Dankeschön. Gute Nacht. Ich habe heute Nachmittag ganz starke Kopfschmeißen bekommen. Der erste Rohrhalm hält mich. Wieso? Da habe ich Tabletten eingenommen. Vergessen Sie es. Vergessen Sie es. Sie versuchen viele, aber die Ausrede kennen wir schon. Da die Beeinflussung durch bestimmte Medikamente allgemein bekannt ist, liegt die Verantwortung auch wieder bei Ihnen. Tut mir leid. Geh, Fiebchen, kommen Sie doch nicht. Wo kommen Sie denn her? Ich lasse Sie dort nicht im Stich. Was denken Sie? Ich habe ein Taxi genommen. Das ist ja nett, aber... Sind Sie schon vernommen worden? Nein. Sehr gut. Sie hätten nicht pusten dürfen. Wieso? Ich musste doch. Einfach verweigern. Warum? Sie müssen unbedingt die Blut- und Lärm hinaus zögern. Alkohol aber ist Ihre einzige Chance. Ja, ich bin doch nicht über... Was haben wir denn schon getrunken? Wenn es hochkommt, zwei, drei Glas Wein. Fünf. Na schön, fünf. Wirklich fünf? Und den Schnaps von der Geburtstagsrunde. Willi Buschmann, bitte. Ja, ich. Verweigern Sie Ihre Aussage, damit schinden Sie auch Zeit. Ja, ist gut. Und rufen Sie einen Anwalt an. Ja, ich habe aber gar keinen Anwalt. Dann rufen Sie irgendjemand an, dann ist doch völlig egal. Das macht Eindruck und dauert. Jungs. Danke. Freunde, ich fahre Taxi. Herr Buschmann. Ohne Führerschein verhunger ich doch. Herr Buschmann, bitte. Mach keinen Scheiß, Kinder. Gibt es denn noch nicht genug Arbeitslose? Jetzt kann ich gleich telefonieren. Das geht nicht. Warum denn nicht? Hier stehen noch sechs oder sieben Telefonapparate. Das ist ein Tösterapparate. Was hier ein Seidgewicht sagt? Wirtschaftsfähige, jawohl. Wo wird wer denn bezahlt? Von meinen Steuergeldern? Scheißwunden weg, mir war. Ich bezahle ja das Gespräch. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Vorne an der Ecke gibt es eine öffentliche Telefonzelle. Danke schön. Heute stehen wir. Die Anna hat mich gleich mit 20 Pfennig fertig. Wo in Münster? Telefonzelle. Ich kann ja hier doch nicht einfach rein und rausspazieren, weil es in der Klinik ist. So ist er noch von mir gesagt, es funktioniert. Franz. Lass ihn heute telefonieren. Der Anwalt kann mir auch nichts anderes sagen. Ist also die Blutentnahme, was ich ergehen lassen muss. Ja, ich betare. Aber wissen Sie, die vielen Stunden Stress hier. Da kann es schon vorkommen, dass deinem Kollegen mal die Sicherung nassert. Seidel. Max Seidel. Herr Doktor Seidel, entschuldigen Sie die späte Störung Buschmann. Willi Buschmann. Willi? Was ist los? Mir ist heute Abend ein kleines Missgeschick passiert. Ich befinde mich hier auf einer Polizeiwache, weil ich... Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Findest du das komisch? Aha, ich verstehe. Ich soll also jede Aussage verweigern. Ach, du bist doch besoffen. Alles klar. Ich habe verstanden. Vielen Dank, Herr Doktor. Tja, tut mir leid. Sie hören ja selbst. Sie wollen nicht aussagen. Ja, Dr. Seidel meint... Nein, dann fahren Sie gleich. Wohin? Im Gerichtmedizinische Institut. Also sind Sie gut. Immer. Jetzt muss ich auch noch ins Gerichtsschwinstinstitut. Tische, Bruder. Tische, Bruder. Die Pathologie ist ein Schlagweif über uns. Ach, lass mich doch halt losen. Alle, die kleinen Kinder mit dir. Ich bin Blut dran. Ich schrieb uns in den Händen, ich hab Zucker. Außerdem kriegst du noch eine Verurteilung meiner Polizei. Mit dem Sie eine Blutprobe mit mir einen ganzen Kameradschaftsabend veranstalten. Da bin ich sicher. Keine Bitte kommen Sie. Jetzt sind Sie doch mal still. Bitte. Dann noch den letzten Lärm. Unsere Lacken haben wir da mal verloren, den Damischen. So, kommen Sie? Ja, gehen wir. Also ich platz den Herrn auch gern den Vortritt. Ob die Blutentnahme jetzt oder später ist, das ändert das nichts. Das Ergebnis wird natürlich nicht künstlicherweise. Schauen Sie, der Arzt rechnet natürlich den Promillegehalt hoch auf den Zeitpunkt, wo Sie noch gefahren sind. Also sind Sie gescheit. Gehen wir. Was ist denn los? Augen zu, zeig ich Ihnen auf die Nasenspitze. Da stechen sich die meisten schon die Augen aus. Wenn Sie hier die ganze Nacht rumsetzen, brauchen Sie an mir. Es gibt keinen anderen Menschen wie auf der Welt als eine Besoffene. Sie sehen ja keinen anderen. Sie sehen ja keinen anderen. Ja. Sie sehen ja keinen anderen. Ja. Keine Sorge, die kriegen wir schon. Ja. Ja. Ja, schauen Sie, Schwester, hochinteressant. Typische Rollvenen. Ruhig, ruhig. Ja. Graus für ein Paradebeispiel für Rollvenen. Schon wieder weg. Ja, schauen Sie. Oh mei, oh mei. Aber gleich haben wir sie gleich. Na. Wer sagt's denn? Was denn? Sie haben die ganze Zeit gewartet? Ehrensache. Wie geht's denn? Hm? Das war ein Malheur, kein Unglück. Sie sind ja pitch nass. Sie werden sich ja gelten. Ach, was, das bisschen Wasser. Frieren Sie nicht? Na klar. Wissen Sie, Sie sind in Ordnung. Sehen Sie mich nicht so an, ich muss ja schrecklich ausschauen. Ich finde, Sie sehen gut aus. Hm, wie eine gebadete Maus. Irgendwie, irgendwie sehr hübsch. Doch. Sie müssen doch schrecklich müde sein, nur schnellstens ins Bett. Komm, ich bringe Sie nach Hause. Ich muss sie aufbauen. Was machst du denn hier? Ich hab den ganzen Abend probiert, dich anzurufen, als sich niemand gemeldet hat. Mensch, Willi, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Shh, nicht so laut. Wie siehst du denn aus? Wo kommst du überhaupt her? Auf der Polizei. Wieso, ist was passiert? Bei meinem Führerschein raus. Ach du meine, bitte, aber... Shh, leise. Du musst doch nicht gleich das ganze Haus erfahren. Und wieso bringen sie dich nach Hause? Wer? Na wer schon, frag mich so blöd. Deine Fernsehbriefkastentante. Nur hör aber auf. Lebt mich nicht an, du findest sie anzut. Ich finde sie... Ja, ich find sie ganz nett. Aha, na bitte. Was heißt denn, na bitte? Ich finde sie nett, nicht anziehend. Du bist doch sehr anständig von ihr, mich heute Nacht nicht im Stich zu lassen. Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ich werde die halbe Nacht für den Boden herumgestoßen. Ich bin völlig kaputt, absolut mit den Nerven fertig und so. Jedenfalls bist du in sie verknallt. Ach, ist doch kein Quatsch. Wahrscheinlich stehst du auf so magl und blondierten Intellektuellen. Das ist aber Schluss, ja? Herr Sprach, du euch nur. Was soll ich mit einer Frau? Ich brauch einen ganzen Harem. Im Augenblick bin ich nicht in der Lage, mich mit Leuten da am Stoff herumzuschlagen. Also lass mich in Ruhe. Du spinnst ja, absolut. Willst du einen Kaffee? Nein. Soll ich dir den Kopf messieren? Das ist beruhigt. Und dann erzählst du mir, was genau passiert ist. Ich will, dass du jetzt nach Hause fährst. Es ist schon halb vier. Stell dir vor, mein Auto ist kaputt. Dann rufe ich dir ein Taxi. Warum hast du eigentlich so panische Angst davor, dass ich über Nacht hier bleibe? Weil ich mal allein sein möchte. Ich habe heute Nacht meinen Führerschein verloren. Das ist lästig und teuer. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Gott, hast du denn nie das Bedürfnis, mal allein zu sein? Warum bist du denn so aggressiv? Ja, Seidel, Max Seidel. Ja, ich bin's nochmal, Willi. Ich wollte dir nur erklären, warum ich vorhin... Du hast doch hoffentlich gleich gemerkt, dass ich... Ich habe dich doch mit Dr. Seidel angeredet, nicht? Das... Ich glaube, mein Golfe schrumpelt. Was? Aber ich dachte, dass die bei der Polizei glauben, wenn ich mit einem Rechtsanwalt... Hallo? Hallo? Bist du noch dran? Das Taxi ist da. Ja, gut. Jetzt schläfst du erstmal gründlich aus, ja? Was ist bloß mit uns los, sag mal? Was denn? Ich weiß nicht, ich bin so müde. Wir gehören doch zusammen, oder? Wir passen doch ganz prima zueinander. Ja, gut, Herr Burschmann. Tapfer. Tun Sie was gegen die überflüchtigen Pfunde? Ja, ja. Sehr tapfer. Ja, ich weiß nicht. Musik Mein Bekanter hat wirklich nicht viel getrunken, also... Ein weit verbreiteter Irrtum, wenn er annimmt, dass ihm unter 0,8 Promille nichts passiert. Die Rechtsprechung kennt Fälle, wo jemand bei 0,4 bis 0,5 Promille... Aber es sind ja bloß zwei Bierchen oder sowas. Ganz recht. Da kann es schon zum Entzug der Fahrerlaubnis und so ganz beträchtlichen Strafen kommen. Geldstrafen? Wie hoch denn so in etwa? Die richten sich nach den Tagessätzen seines Nettoverdienstes. Bei 3.000 Mark monatlich ist der Tagessatz 100 Mark. Meistens werden 50 bis 60 Tagessätze gerechnet. Oha! Hier, die Adresse des Anwalts. Was? Ich dachte, Sie hatten ganz grundlos einen Zahlungsbefehl geschickt bekommen. Ach so, natürlich. Aus Heiterem. Vielen, vielen Dank. Und sagen Sie Ihrem Bekannten, er soll bei der Polizei bloß nicht hochstaplerisch ein so hohes Einkommen angeben. Sagen Sie mal, hab ich geträumt oder bist du wirklich dein Führerschein los? Ein bisschen lauter. Ja, könnte ja sein, dass irgendjemand hier es noch nicht mitgekriegt hat. Ich bin schon dabei. Schrecklich ärgerlich, Herr Buschmann. Wie? Was? Ich hab ihn vor zwei Jahren verloren. Ach so, Sie wissen schon, dass ich... Haben Sie denn einen guten Anwalt? Eben wollte ich gerade telefonieren. Bloß nicht. Was? Das Geld können Sie gleich in Schornstein schreiben. Für unser Betriebsfest. Ein Anwalt steckt die Piepen in den Sack und Sie haben nichts davon. Der Spaß wird eh toll genug. Lassen Sie mal auf. Wissen Sie, was ich gemacht habe, als ich die Bullen damals geschnappt habe? Was denn? Sie haben auch? Uschi! Ja? Könnten Sie das bitte hier übernehmen? Pech gehabt heute Nacht, wie? Ja, ich... Ich hab schon gehört. Ach, das scheint ja wie ein Lauffeuer rum zu sein. Ist ärgerlich, wenn es einen trifft. Mir ist das vor drei Jahren passiert, wenn ich damals nicht so einen hellwachen Anwalt gehabt hätte. Das sind Sie auch? Wie viel Alkohol im Blut hatten Sie denn? 1,9 Promille. Pech, ein bisschen wenig. Ja? Nein, im Moment, ja. Ja, ja, in fünf Minuten. Bisschen viel, meinen Sie? Ich hab an jenem fatalen Abend schon versucht, die Blutentnahme so lange wie möglich hinauszuzögern. 1,9 ist zu wenig. Besser wäre natürlich 2,5 Promille und darüber. Was? Wieso? Moment mal, ich denke... Wenn Sie voll drum in Ihr Auto gestiegen wären, könnten wir auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Bei der Strafzumessung zweifellos ein milderner Umstand. Zumal Sie ja vorher nicht wissen konnten, dass Sie bei Ihrer Besprechung sich dem Alkohol hingehen würden. Ah. Sie haben leider halbnüchtern und damit voll verantwortlich eine starke Verkehrsgefährdung riskiert, Herr... Buschmann, Willi Buschmann. Anfangsbuchstabe B? Ganz recht. Auch nicht gut. Pardon? Dass Ihr Name mit B anfängt. Sehr dumm. Ja? Na, er soll in zwei Minuten zurückrufen, ja? In München gibt es 13 Verkehrsrichter, davon sind 10 so so lala. Aber drei sind beinhart, ganz scharf, keine Argumenten zugänglich. Und wer wen kriegt, richtet sich nach dem Anfangsbuchstaben? Leider. Aber wir versuchen unser Bestes, Herr... Buschmann. Sind Sie rechtsschutzversichert? Ja, Gott sei Dank. Also zu den Gebührensätzen der Rechtsschutzversicherung arbeite ich nicht. Ja. Ja. Ja, ja, ist gut. Ja, ja, soll reinkommen. Wir sind fertig. Das kostet Arbeit. Das kann ich leider nicht nach der Gebührenordnung berechnen. Wenn ich Sie vertreten soll, dann müssen Sie ein höheres Honorar akzeptieren. Bestimmt kein Fehler, sich den teuersten Anwalt zu nehmen. Die Höhe des Honorars ist noch lange kein Beweis für die Tüchtigkeit, junger Mann. Nein, natürlich nicht, aber... Hoffentlich werden Sie ordentlich verknackt. So, was haben Sie denn gegen mich? Sie kennen mich doch gar nicht. Na und? Ein Betrunkener, der sich ans Steuer setzt, das ist ein Verbrecher. Sind Sie da nicht ein bisschen streng? Ich meine, wer hat denn noch nie mal... Mein Mann jeden Abend. Jeden Abend? Donnerwetter. Aber ich bin noch nie erwischt worden. Toll. Also, Ihr Führerschein in Zuge gibt bestimmt eine verwendbare Geschichte. Haben Sie? Sicher. Aber das kann doch jedem passieren. Aber was ist daran komisch? Was? Was? Toll, ja. Wie gut ist deine Aggressionen loszuwerden? Die Hauptsache ist, man braucht dazu keinen Überschein. Was machen wir jetzt? Weiß nicht. Wir können zum Beispiel zu mir gehen. Zum Beispiel? Mhm. Hören Sie, ich möchte mit Ihnen reden, Willi. Ich will nicht die Unschuldige spielen. Ich mag sie. Und ich möchte, dass wir Freunde bleiben. Ja. Ich weiß, was passiert, wenn ich jetzt mit zu Ihnen gehe. Aber ich werde Sie enttäuschen. Ich kann mich natürlich darauf herausreden, dass ich Beruf und Privatleben streng trenne. Aber ich bin... Ich spiele lieber mit offenen Karten. Sie wollen sagen, Sie reizen keine schnellen Abenteuer. Doch, warum nicht? Was für ein blöder Ausdruck. Wie aus dem Handbuch katholischer Jungmänner. Ich habe einen Freund, Willi. Sehr viel jünger als ich. Ich möchte ihm nicht wehtun. Er steht kurz vor dem Abitur und... Manchmal schicke ich ihn früher nach Hause, damit er seine Schulaufgaben erledigen kann. Heute Abend musste er sich auf eine Mathematikarbeit vorbereiten. Lächerlich, nicht wahr? Sie finden es grotesk, oder? Nee. Wieso? Stimmt nicht. Ich habe einen Liebhaber, der noch Schulaufgaben macht. Zu verrückt. Sie glauben, dass es geschmacklos ist, ein elf Jahre jüngerer Freund, aber... Sie werden doch sicherlich auch von jungen Mädchen angezogen, mit noch frischer Haut und ohne das oder das. Aber Sie sind doch noch sehr jung. Sie sehen schön aus. Sehr schön. Jetzt küssen Sie mich. Ja, küssen Sie mich bitte. Und dann gehen Sie nach Hause, Willi. Bitte. Ja. Was ist los? Woran denkst du? An nichts. Ich weiß nicht. Und die Menschen da draußen, die unglücklich viele sind und... Bist du deprimiert? Ach was? Hat mein großer brauner Brummelbär etwa Kopfschmerzen? Will er eine Tablette? Ich habe keine Kopfschmerzen. Soll ich uns was Leckeres zum Essen machen? Nicht wieder Spaghetti. Ich werde immer fetter. Ach was. Dein kleiner Bauch ist ganz erotisch. Und Spaghetti Marinara kann ich sowieso am besten. Ach übrigens, ich habe heute die Schlüssel von der Polizeiwache geholt und ein Auto hergefahren. Danke. Kannst du es mir für die nächsten Tage leihen? Du brauchst es doch sowieso nicht. Und meine alte Gist ist schon wieder verfüllt. So, jetzt machen wir es uns ganz gemütlich, ja? Und dann hat mein großer brauner Brummelbär auch wieder gute Laune. Ich habe gute Laune. Warum ist das so? Können Sie mir das sagen? Warum funktioniert plötzlich nichts mehr zwischen zwei Menschen? Kannst du mir helfen, Willi? Ich krieg die Büchse nicht auf. Wir haben einfach keinen Spaß mehr miteinander. Und ich weiß nicht einmal an wem von uns beiden das liegt, verdammt nochmal. Ja, ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen? Ich habe den Eindruck, du bist da gefühlsmäßig mit deiner schönen Fernsehredakteurin in was reingeschlittert. Na passt, da läuft nichts. Mit der hat es überhaupt nichts zu tun. Ich muss nur dauernd an sie denken. Was machst du jetzt mit Christine? Vorsicht, Willi! Herr Seidel, da gibt es Unstimmigkeiten. Laut Polizeibericht hat unsere Versicherungsnehmerin nachts im Suff einen jungen Familienvater, der seinen Hund spazieren führte, überfahren Schädelbruch. Sie dagegen behauptet, sie sei stocknüchtern gewesen. Das ist totaler Unsinn. Sie hatte 2,3 Promille. Wahrscheinlich hätte sie Haft uns ausschließen. Die alte Geschichte kennen wir ja. Vielleicht sollten Sie mal stecken, dass Ihre falsche Aussage völlig überflüssig gewesen ist, weil unsere Gesellschaft so oder so, auch wenn sie betrunken war, den Schaden übernehmen muss. Schrecklich. Ja, scheußlich. Das Opfer hat zwei Kinder. Da müssen wir im Fall des Falles auch noch die Ausbildung übernehmen. Mensch, schau dir das an. Der reine Horror. Wenn einem sowas passiert und man hat was getrunken, ist das Leben doch kaputt. Enggültig. Um Gottes Willen, Willi. Ja, aber wer will denn so etwas sehen? Tod, Unfälle, Schrecken, Autopraxen. Da schalten die Leute hundertprozentig ab. Natürlich kann das jedem von uns passieren, zugegeben, aber... Wer will denn daran erinnert sein? Nein, Willi, wir haben uns auf heitere und unterhaltsame Geschichten geeinigt. Da fällt mir ein für deine Autogeschichten. Wer hat mir denn den erzählt? Naja, ist ja auch egal. Pass auf. Opa und Oma tuggeln so über die Autobahn, ja? Plötzlich kommt eine Durchsage im Radio. Achtung, Vorsicht! Auf der Autobahn von so und so nach so und so kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Daraufhin sagt der Opa zu Oma... Was heißt denn hier einer? Hunderte! Der ist auch komisch, ne? Der hat doch einen Bart. Hooran, auf der weibenden! Das war's ... Du, du, du bist. Du, du bist. Du, du bist. Das war's ... Du bist. Dauernd ist er unzufrieden und launisch. Wir streiten uns nur noch wegen der kleinsten Vorkommnisse. Warum trennt ihr euch da nicht? Ich kann ihn doch nicht einfach so sitzen lassen. Er ist absolut verrückt nach mir. Wenn man überhaupt keinen Berührungspunkt mehr hat. Und es ist auch besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Stell dir vor, ich habe jetzt sogar Schuldgefühle, nur weil ich hier mit dir zusammensitze. Ist doch Unsinn. Natürlich ist das Unsinn. Aber er ist so wahnsinnig eifersüchtig, das kann man sich überhaupt nicht denken. Du siehst besonders hübsch aus heute Abend. Und ich vermisse dich sehr. Fang ja nicht wieder damit an. Das ist vorbei. Ich dränge nie nochmal in deine Ehe. Wir haben uns doch ganz wunderbar verstanden, oder? Nein, nein, nein. Hör auf! Warum verliebe ich mich bloß immer in die falschen Männer? Ja. Was passiert in diesen Kursen? Es werden an die Gefahren des Alkohols vor Augen gehalten. Das ist ja nicht gerade umwerfend. Es wirkt sich günstig auf das Urteil aus. Ja? Hundertprozentig. Also, dass der Richter sagt, aha, gut, er hat den Kurs gemacht. Eine gewisse Änderung im Charakter ist eingetreten. Okay, kürzen wir die Sperrfosten im Führerschein. Das ist doch einleuchtend, oder? Erntaufgabe unserer Kurser? Die Trinkkontrolle. Die Trinkkontrolle. Gut, was müssen wir fürchten? Aber wissenschaftlich nachgewiesen, nicht wahr, dass mit Alkohol Ihre Fahrtüchtigkeit rapide abnimmt. Bei 0,4 Promille haben Sie ein wie großes Risiko? Keine Ahnung, ich bin zum ersten Mal hier. Ein achtfaches Risiko. Da staunen Sie was? Alles wissenschaftlich nachgewiesen. Dann mal weiter. Bei 0,2 Promille haben Sie ein hundertfünfzehnfaches Risiko. In Worten, 115. Vielleicht unterläuft Ihnen selbst kein Fahrfehler. Aber Sie können die Fahrfehler der anderen nicht mehr ausbügeln. Da übersieht einer die Vorfahrt. Sie reagieren zu spät, es kracht. Und was kommt nun? Das Pechvogel-Argument. Richtig. Sie sagen nicht, Mensch, der Alkohol ist schuld. Nein, Sie sind ja schon hundertmal alkoholisiert gefahren und immer ist es gut gegangen. Sie sagen, was musste dieser Depp ausgerechnet in diesem Moment daherkommen. Da habe ich Pech gehabt. Gehen Sie noch mit einem trinken? Ja, wir gehen noch ins Rübers rein. Das ist alles soweit. Na, warum nicht? Na, wie fanden Sie es? Ach ja, also an und für sich. Richtig informativ, wie? Ja, ja, ja. Fassen Sie mal auf. Wenn Sie jetzt was trinken, Alkohol, ne? Sie tun es, na schön. Aber plötzlich, äh, irgendwie bewusster. Mensch, das gibt's doch nicht. Was denn? So, das... So viel Pech glaubt einem ja keiner. Jetzt ist ja noch mein Fahrrad weg. Geklaut. Die haben alle das Manuskript von diesem Willi Buschmann gelesen. Was halten Sie davon? Vielversprechend. Nach einer ersten Lektüre sticht er vor, dass das Fehlen einer echten Problematik oder, wenn Sie so wollen, einer philosophischen Voraussetzung, die Geschichte zu einer willkürlichen Aneinanderreihung von Episoden macht. Moment mal. Alles, was einen persönlichen Horizont überschreitet, lässt der Autor außer Acht. Beispielsweise Umweltprobleme, die bei diesem Thema ja nun wirklich nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Politisch ist das Ganze irrelevant. Entschuldigung, da schreibt einer mit der Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, oder? Finden Sie seine Geschichten nicht auch manchmal sehr komisch? Ich amüsiere mich darüber, wenn das Fahrrad geklaut wird zum Beispiel, oder? Ja. Wenn die Hauptfigur dauernd hinter Ihrem Anwalt herrennt, um ihm mitzuteilen, dass sie diesen Trunkenheitskurs absolviert hat und der Anwalt de Padoue davon nichts wissen. Meinen Sie nicht, dass man dem Gericht unbedingt mitteilen sollte, dass ich die Trunkenheitskurse regelmäßig besuche? Ja, das will der arme Richter doch gar nicht wissen. Das interessiert dir nicht die Bohne. Vielleicht sagt er sich dann doch, aha, gut, der Mann besucht den Kurs. Eine, eine Besserung, eine gewisse Besserung ist zweifellos angetreten. Lassen Sie mal, Herr... Buschmann. Sie schließen sich nicht der erste Prozess, den wir führen, nicht? Hm, gut, wie Sie meinen es. Willi wollte zum Anwalt. Und danach? Länderredaktionen sind von einer Geschichte hellauf begeistert. Wirklich? Aha, pankwörtlich. Hm, rückwörtlich. Ich mag deine Redaktion. Und du musst verrückt sein. Nee. Doch. Du bist sehr vernünftig. Lassen Sie sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen, meine... Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich hab nicht mal ein schlechtes Gewissen. Gut. Dass es immer ein Entweder-Oder geben soll, ist doch zu blöd. Warum muss eine Liebe notwendigerweise aufhören, wenn eine andere beginnt? Es wäre zu einfach. Darf ich meine Hand da hinlegen? Mhm. Solange es nicht zur Pflicht wird. Ah! Ih! Ih, das klebt! Wie das jetzt weitergehen soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das hat unsere Geschichte ja mit dem wirklichen Leben gemeinsam, dass sie kein wirkliches Ende hat. Nee. Ich weiß nicht mehr. Ja. Musik Musik Musik